Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie. Ich befinde mich hier am Eiz in Ostholstein. Da hinten ist Schloss Weißenhaus und hier ist die Hobachter Bucht. Es gibt wieder einen Angelfilm. Wir wollen heute auf Dorsch angeln. Ja, dann wünscht mir mal und meinen Kollegen hier Petri Heil und viel Vergnügen mit diesem Film. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Jetzt geht es los. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Ja, ich bin's. Jetzt gerade mal 30, 30 Sekunden am Angeln. Ja, das ist aber ein schöner, das ist ein 70er. Guck mal. Vorher steigt uns aus. Ja, das ist ein schöner Dorsch. Gleich zugebissen, ne? Nö. Nö. Da geht es maßig. Ja, das geht schon gut los hier. Wir angeln hier, also ich angle zumindest mit Möhrchen und die anderen, die haben auch so kleine rote Möhrchen dran. Ja, Leute, jetzt habe ich ja gerade vom Möhrchen ist der Schwanz weg. Das sieht so ziemlich zerfressen aus, nicht? Aber, also auch der Erfolg ist gut da. Ja, also das läuft ganz gut damit. Aber wie gesagt, Schwänzchen ist weg. Mal gucken, was wir hier machen. Und lohnt sich der? Boah, yes, yes, yes. Ja, das kann man Norsch nennen. Das kann ich auch Norsch nennen. Boah, schöner Norsch. Jo, auch wieder inhaliert bis zum Arsch, ne? Nee, nee, nee. Doch, doch. So, jetzt haben wir hier eine tote Mannangel liegen. Ja, die ist auch gut, denn da kann man richtig zugucken, wie die Deutsche beißen. Also heute ist das wirklich toll, toll, toll. Ach, ganz richtig, der ganze Scheißwein, das ist in Schali. Ja. Ja, der Abend, der wird immer später und die Kiste wird immer voller und das lohnt sich schon. Da unten, da habe ich dann mein Möhrchen dran. Dem Möhrchen. Das ist ein kleiner Dorsch, ein Dörschchen. Davon haben wir heute jede Menge. Darf wieder schwimmen. Ja. Aber der hat, der hat den ganzen Scheiß genommen. Ja. Ja. Das machen die alle. Schöne volle Fischkiste, wunderbar. Hier mal sehen, wie die Möhrchen, ja, die sind auch noch fängig, wenn der Schwanz ab ist und sie total zerledert sind. Ja, ein schöner Dorsch. Ja, da hat der Axel wieder einen Fisch an der Angel. Und da sehen wir mal den Drill. Ja, auch er hat ein Möhrchen dran jetzt. Schöner Dorsch. Ja. Ja, der ist in Ordnung. Der hat auch gut gebissen. So, der Axel ist jetzt wieder im Drill mit einem Fisch. Na? Brauchst du einen Kescher? Brauchst du einen Gaff? Ja, der geht einfach ums Boot. Da kommt ein Schwein an. Wenn wir so einen Kescher haben. Na gut. Ja. So, jetzt werden wir noch einmal verholen. Ja, schöne Beute. So, hier machen wir noch eine Drift. Ja, Leute, ich hoffe, der Film hat gefallen. Wir haben reichlich Dorsche gefangen. Hier in der Hobachter Bucht. Ja, dann sage ich noch Petri Heil. Und viel Spaß mit diesem Film. Auf Wiedersehen. Servis. So, ja, vielen Dank. Wir kommen auf Rift.